Was war die erste Reise? Also die erste Reise, ich habe lange gezögert. Ich hatte dann für meinen Mann hauptsächlich angefragt. Aus dem Internet habe ich das gesehen. Und dann habe ich die Unterlagen geschickt. Und dann habe ich aber gedacht, ach, ich weiß ja nicht, Bulgarien. Da habe ich noch gar nichts gehört davon. Und irgendwie war das alles ein bisschen komisch. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, aber wir fahren trotzdem, wir fahren jetzt. Und wenn es uns nicht gefällt, machen wir eine Woche Urlaub. Aber als wir hierher kamen, waren wir wirklich wow. Und haben gesagt, okay, das machen wir. Und dann hat er sofort seine zwölf Implantate gekriegt an dem Tag. Und da war er natürlich ziemlich blau danach. Aber er hat alles gut weggesteckt. Und jetzt ist er wirklich happy. Also Sie sollten unbedingt herkommen, sich einen eigenen Eindruck machen. Und wenn Sie das alles sehen, dann sind Sie überzeugt, dass Sie hier gut aufgehoben sind. Und da können Sie dann sagen, was Sie bitte ακ